Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass sie eingeschaltet haben zu Gnu. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir Gnus besitzen einen geilen Kanal, der nennt sich Verspieltes Gnu. Dort gibt es ultimativ geile viele Videos. Unter anderem haben wir dort zum Beispiel Your Boyfriend vor vier Tagen hochgeladen. Unter anderem gibt es dort auch ein komplettes Detroit Become Human Let's Play. Wir haben alle Life is Strange-Teile im Angebot. Unter anderem kommt auch am Wochenende über Boyfriend Dungeon und Road 96. Außerdem spielen wir vielerlei an Games, die ihr kennt, wie zum Beispiel Until Dawn und die komplette Reihe davon. Black Tale, Pasmophobia-Folgen, House Flipper und noch vieles, vieles mehr. Viele Resident Evil-Teile findet ihr dort auch. Deswegen, browse doch einfach mal rum. Zelda haben wir auch gespielt und habt ganz viel Spaß bei Verspieltes Gnu. Okay, das schaffen wir jetzt. Jetzt ist leicht. Ja, jetzt auf leicht. Jetzt wird es super easy. So. So, hier ist auf jeden Fall das Schwert schon mal. Direkt. Zwei Batterien in der Waschkammer. Okay, sehr gut. Schwert ist direkt bei diesem großen Esszimmer. So. Hä, was war denn das? Was denn? So ein Geraschel und Gegesse. Wart ihr das? Ach so, mein Gott. Sorry. Witzig. Genau, Flaschen wieder. Ich aktiviere die Ische mal, oder? Ja, mach. Hier draußen ist auch wieder ein Schreien. Die Pyramide. Und wenn wir es nicht schaffen, würde ich sagen, machen wir einfach nur eine Blumenjagd. Lotusblumenjagd. Haha. Dann ignorieren wir die Spinnen einfach, ja? Ja. Wir aktivieren die nicht, sondern suchen uns einfach nur die Todesblumen. Okay, ich hab ein Ei. Ich hab ein Schlüssel. Nein. Das ist mein Team. Nee, ohne mein Team. Sie kotzt gerade ein Ei aus. Ja, sie hat schon. Hey, soll ich deine Haare halten? Das wär so nett von dir. Ich glaub, sie war grad oben. So, Raum 7 ist auch oben, ne? So. Wow. Ich glaub, grad schon wieder, was ist denn jetzt wieder los? Aber immer, wenn die Tür nicht aufgeht, weil... So, Raum 5. Guck mal, Leute, jetzt haben wir den ganzen Balken wieder mit, 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 ähm, mit Licht. Ja. Ja, ja, ja. Das bisschen, was uns vorhin gefehlt hat. Mhm. Deswegen war es so knapp. Hey, sie kotzt schon wieder. So, ich hab ein Sterni. Hey. Warte, nicht so was. Ich hab ein Sterni. Ich hab noch nicht den. So, ich hab noch einen Schlüssel. Hier ist noch ein Ei. Wir brauchen aber noch mal Reinigung. Oben sind zwei Eier. Wahrscheinlich kommen wir super easy durch. Ich hab noch die Reinigungsflaschen. Sie kotzt das nächste Ei aus. Ich glaub, sie kotzt es einfach zu Beginn schon viel mehr Eier aus. Nee, letztes Mal schon vier ausgekotzt. Ja, okay. So. Hoi, Jungen. Waschi, waschi. So, hier ist noch ein Ei. Hier hinten hab ich noch eins hingelegt. Weiß, dass jemand interessiert? Ja. Mag das jemand nehmen oder was mach ich damit? Das schon gewaschen? Pinter, komm mal. Ei. Wir brauchen auch noch die Fläschchen, ne? Nee, das ist noch mal mehr geworden. Die Fläschchen müssen wir da hinballern. So haben wir auch schon dann die Eier reinhauen eigentlich, oder? Ja, und die Fläschchen müssen wir auch mal alle. Wir lassen können das schon, oder? Wir brauchen Flaschen. Ja, aber dann hau ich meinst schon mal. Wir haben hier keine Flaschen, Leute. Das werden wir nachher echt bereuen. Okay, hier ist noch eine Flasche, wo ich bin. Schmeiß mal die Flaschen alle hin. Ich hab dann jetzt schon das Ei in der Hand. Oben ist noch ein Ei. Ein Ei. Ach so, Leute, was ich euch mal kurz fragen wollte, hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Aber, ähm, wie lange darf man Ausschnitte aus anderen Videos nehmen für sein eigenes YouTube-Video? Kommt drauf an. Was es ist, ja. Zählt es sowas als zitieren, oder wie läuft es? Also im besten Fall würde ich immer irgendwie die Stimme sonst im Worst Case verfremden, den Original Quellcode dahin, also zeigen. Aber wenn eine Person irgendwie zur Erkenntnis oder zu sehen ist, dann kann sie dich trotzdem wegstriken, weil sie da keinen Bock drauf hat. Ich weiß es, weil ich letztens dieses Video gemacht hab von diesem YouTuber. Zum Beispiel dieses Eier, wir brauchen Eier. So könnte ich das jetzt einfach als Einspieler nehmen. Ach so, sowas meinst du. Äh, ja, da gibt's jetzt. Hat ich mein Schlüssel Nummer zwei? Ja, ich glaube, ich hab den. Ich hol noch das eine Ei hier mit. Habt ihr schon alle Türen aufgemacht, weil die sind noch unten, ist noch eine zu. Nee. Das war überhaupt nicht gut. Hier ist offen. Unten ist noch eine Nummer zwei, die nicht auf ist. Das ist wirklich ekelhaft. Warte mal, Pyramide war doch gleich hier unten, oder? Pyramide ist vor der Höhle, glaube ich, hab ich gesehen, oder? Ja, 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 ja. Ich hab ich vorhin auch gesehen. Jo, hau ich gleich rein, ja? Ja. Ich glaube, sie kommt zu mir, sie kommt zu mir, sie kommt zu mir, sie kommt zu mir. Das schaffst du schon. Okay, ist drin. Jo. Einmal schön rumlaufen. Okay, da ist sie gewesen. Boah. Ist das bei mir? Ich glaube, Max, danach hast du keine Angst mehr. Nach dem Modus? Vor Spinnen. Nee. Also, das ist hier wirklich. Also, hier mit, äh. Oh, shit, ich kam von hinten, sorry. Kein Problem. Du bist raus. Das konnte ich nicht. Also, von hinten, ohne. Ja, wir haben nur drauf gewartet. Das ist böse. Wo ist das Feuer? Hey. Alter, Feuer, Alter. Oh, sie ist bei mir. Wir haben echt einige Türen noch die Schatten, ne? Kannst du dich auch direkt verpissen, bitte? Danke. Nice. Haha, tschüss. Nice. Ich hätte aber direkt vor den Pool gekocht. Ich chill' hier mal bei einem Mad Kid, ja. Jo, ich komm mal zu dir. Holst du Papu? Ja. Oder soll ich mal, ich bin nämlich schon da. Nee, nee, ich bin, achso. So, gut. Hol mich. Hol mich, schnell. Super. Ich geh den Totenkopf suchen. Der ist oben, oder? Feuer muss unten sein. Ja, Feuer ist unten. Okay, die kotzt wieder. Ja, perfekt. Oh, ich verbrenne ein Ei. Oh, verbrenn mal so ein Ei. So ein Ei, Mensch. Hier ist ein Kreis, wieder im Lager. Wo hat sie denn jetzt hinspuckt, Mensch? Ah, hier. Hier ist ein Ei, sehr gut. Was da drauf? Ah, nice. Und wo hat sie hinspuckt? Ich weiß nicht, aber wir sind jetzt bei sechs Eiern. Das geht aber gar plott, ne? Ja, jetzt geht's ganz schnell. Bin ich aber auch gut trainiert, ne? Ich habe ein Ei. Ich habe auch keinen halben Balken, sondern vollen. Ich hole das Ei und ich wasche es jetzt. Hast du auch noch einen Bericht gefunden? Nee, das hat eine Spinnecup. Dann hole ich auch noch eins. I take care. I watch out for you. Oh, sie kommt. Ja, kommt, kommt her. Ich bin beim Waschsalon. Ja, ich komme auch zum Waschen. Okay, ich habe sie geblendet, aber... Ich wasche mein Ei. Geh mit Obacht. Ich habe auch mal ein Spucktuch. Geh mit Obacht. Sie ist beim... Sie kommt zu uns, sie kommt zu uns. So, ich habe die Sanduhr. Oh, fuck. Wir müssen blenden, wir müssen blenden. Wo war die Sanduhr nochmal? Unten, ne? Äh, das weiß ich nicht. Okay, okay, sehr gut. Die Sanduhr, die war doch unten, oder? Die Sanduhr? Wir sind bei sechs Eiern, ne? Siehst du noch da? Ja. Ich dachte, die Sanduhr wäre diesmal oben gewesen. Oh, ich bin tot. Okay. Oh, ich glaube nicht, das Uhr ist oben. Okay, holst du Papo? Ich hol Papo, ja. Ich suche noch die Sanduhr schnell. Ne, hol Papo. Sanduhr ist oben, dritter Raum. Ich bin hier. Hier, 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 hier. Ich mach das direkt mal, gell. Klatsch das mal rein, die Alte ist auch hier, wo ist Papo gelandet. Oh, sie kotzt auch wieder ein Ei aus. Gut, sehr gut. Wo ist das Ei? Das nimmt die Spinne mit, die Spinne nimmt es mit. Okay, wo? Spinne ist down, hier bei mir ist das Ei. Ah gut, ich hol es und wasche es. Jetzt dürfen wir kein Ei dann machen erstmal, ne? Ja, ich wasche es nur mal. Äh, es gibt keinen Ausgang gerade bei mir. Ach, da, okay. Oh, es war übrigens fast labrum gerade. So, ich wasche mal. Ich bin in der Höhle. Ach, scheiße, okay. Ich komme zur Höhle. Oh, oh. Du hast keinen Medipick, aber... Oh, nee, sie ist, glaube ich, hinter mir. Nein, scheiße, 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 scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, nein! Okay, jetzt musst du dich beeilen, aber das Ei liegt direkt vorm Waschraum. Okay. Da, wo wir immer reinigen? Ja, da, wo wir immer reinigen. Okay. Da, wo wir uns immer waschen. Da, wo wir uns immer waschen. Ich bin direkt bei einem Medkid. Ich werde direkt das nächste Ei waschen. Ja, ich bin oben bei Medkid, wenn es jemand schafft. Perfekt. Tür am besten schließen, dann kommt die Spin nicht mit, okay. Leck mich, du leckst das Ei hier, ey. Okay. Mann, nimm die Flasche jetzt. Mach mir noch eine Flasche, ich habe mal eine. Nee, 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 ich habe noch zwei Eier hier. Das eine mit einem Schwert, glaube ich. Gute, Schwert ist unten, das weiß ich direkt, wo es ist. Ja, dann komm her und nimm das Schwert. Und, ähm... Ich kann dich beschützen, ich habe eine Batterie hier unten. Okay. Sehr gut. Oh, holy shit. Wo ist der Widder? Und jetzt runter, 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 runter. Oh Gott, oh Gott. Leute? Ja, Widder ist, glaube ich, äh... Runden, oben. Wenn sie kommen, anrichten. Ja, sie ist bei mir. Ich leuchte an, ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Macht, macht euer Ding, macht euer Ding. Ich muss halt leider da rein, ne? Du musst in den Waschschrauben rein, ja? Nee, ich muss hier rein. Sie ist doch noch an mir, ich lock sie in die Höhle. Hier ist doch das Schwert. Ich mache jetzt die letzte, ne? Vorletzte. Nee, ich habe noch den Widderkopf. Ja, der ist oben, der ist oben, der ist oben, glaube ich. Okay, hier ist auch noch ein Ei. Noch eine Spinne. Hä, Digga, hätten sie nicht draufgegangen. Wo ist der Widderkopf? Nein. Ich weiß nicht, wo der Widderkopf ist. Das ist doch jetzt das Letzte noch. Hier ist der Widderkopf, der ist bei mir unten. Das ist der Letzte, der leuchtet auch. Der ist unten. Ach, vorletzte, okay. Räutige Spinnenkacke. Hier, hier, hier. Ja, 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 ich leuchte sie an, ich leuchte sie an. Mach, 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 ich opfer mich, ich opfer mich, opfer mich. Mach einfach, ich opfer mich, mach einfach, ich opfer mich. Ich opfer rein, ey, ich geh rein. Ja, mach einfach, sie geht weg, das ist gut. Hast du's? Okay, sie kommt aber zurück, sie kommt zurück. Okay, dann hol Medkit und heil direkt Papo hoch. Oh je, oh je. Okay, neun von dem. Übel schnell sein. Ja, das eine Ei war oben. Okay, ein Ei habe ich irgendwo oben gesehen, ja. Oben war eine Spinne. Sie ist halt direkt wieder im Handmodus, ne, das ist das Problem jetzt. Ja, 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 no, no. Ich habe das Ei gefunden. Ich bin beim Medkit. Töte die Spinne. Scheiße, ich kriege die Spinne nicht da um. Egal, dann... Dann... Ich hole dich einfach, ich hole dich einfach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, zusammen leuchten. Boah, boah. Wo ist ein Medkit, wo ist ein Medkit? Ist hier noch eins? Oh, sie ist bei mir, sie ist bei mir, sie ist bei mir. Ah, no, 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 no. Ist da irgendwo ein Medkit? Das eine liegt beim Pool. Beim Pool. Okay, warte, ich hole noch schnell, hole noch schnell Max. Warte. Hier ist ein Medkit. Ja, ja, ich habe dich, ich habe dich, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay, lauf. Töte die Spinne, töte die Spinne, töte die Spinne, töte die Spinne. Die töten gleich mich. Uff, 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 uff. Okay, so, okay. Da lag eine Batterie, hast du die? Ja, hab sie, lauf. Wohin? Okay, das letzte Ei ist beim Pool. Okay, wir laufen zum Pool. Da sind aber ein paar Spinnen, also ihr müsst halt, da liegt auch eine Batterie, also Spinnen wegmachen, Batterie nehmen und nicht nachladen, erst wenn ihr es braucht. Ich brauche es jetzt. Ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen, ne? Na, lauf doch, Junge, lauf. So, jetzt kommt alle her. Okay, okay. Oh nein, scheiße! Oh, du bist so ätzend. Ich muss noch den Scheiß reinigen hier. Äh, ich bin auch tot, ne? Solltest du vielleicht kurz einen holen? Soll ich euch holen oder Ei reinigen? Einen holen, das schaffst du nicht allein. Okay, ja. Ist da noch Medipack beim Pool? Ja, ja, da ist eins. Okay, das sind sogar zwei. Komm her, komm her, komm her. Dann schnell, ganz schnell. Sie ist bei mir, sie ist bei mir. Was ist da drauf? Ich muss Eis nun gereinigt. Okay, was drauf? Einer ist im Kreis. Der Kreis ist oben. Oh, glaube ich. Ich glaube, der Kreis ist oben. Okay, ich habe nur eine Taschenampe dabei. Du brauchst deine Hilfe, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Das gibt es nicht, Mann, das gibt es nicht. Okay, wo ist der Kreis? Wo ist der Kreis? Wo ist der Kreis? Oben, ich meine oben. Oben. Warte, der Kreis ist... Im Lager, im Lager ist der Kreis. Im Lager. Okay, ja, ja, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache. Oh Gott, yes. Hau rein. Uh, uh, uh. Uh. Ich bin beim Pool rausgekommen und... Hast du gemacht? Ja! 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 Victory! Da ist sie! Oh Gott! Alter, so eklig, die Alte. Jetzt kriegt sie gleich auf die Fresse. Jetzt leuchten wir sie weg. Oh! Oha, wird sie jetzt von den anderen Spinnen gefressen? Wahrscheinlich, oder? Uh, uh. Die ist aber auch einfach wahres. Okay. Oh, richtiges Fest mal. Ist es eklig, Mann. Es ist einfach nur eklig. Ja, Mann, Leute, so wird das Spiel gespielt. Ja, Mann, Leute, so wird das Spiel gespielt. Nein, ich bin bei esos auch gar dissip.